Ich kenne viele Menschen, die lachen gerne über andere, aber nicht über sich selbst. Ich kann eben auch über mich selbst lachen. Ich kenne viele Menschen, die ironisch sein können, aber nie selbstironisch. Ich bin auch gerne selbstironisch. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz. Das ist die höchste Form der Koketterie, das ist wahrscheinlich die Zwischenform, die wir hier finden wollen.